Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Doors. Heute sind wir alleine, die gestrige Folge ja zusammen mit dem Danger Zock. Zwar nicht so super produktiv, aber war auf jeden Fall mal sehr cool mit dem Aufzunehmen. Hat auch super viel Spaß gemacht. Wir haben schon vor und danach noch ein bisschen gequatscht. Also war auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich kann euch nur empfehlen, dort mal vielleicht vorbeizugucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber heute geht es wieder alleine weiter. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan für die heutige Folge, denn wie ihr seht, es hat sich sehr viel hier unten im Keller getan. Ich habe nämlich offscreen ein bisschen was gemacht. Zuallererst mal habe ich bis nach unten hin die ganzen Sachen übernommen und ich habe mir sehr viele Sachen bezüglich dem Fahrstuhl reingeschrieben. Irgendwie, dass nur der unterste Strom braucht oder sowas. Dass man die Elevator benennen kann, das habe ich alles gemacht und dass das irgendwie einmal grün und einmal gelb ist. Aber ja, also ich sehe absolut keinen Unterschied zwischen dem gelb und dem grün. Gerade bei so Neonfarben oder so, das ist einfach gelb und grün kaum zu unterscheiden. Aber ist auch euch egal. Also solange es für mich okay aussieht, keine Ahnung. Ja und hier oben habe ich angefangen so einen Kreisrund umzubauen, wo praktisch das Grünzeug hin soll. Vielleicht wird er sogar noch ein bisschen größer. Das kann sein, ich bin mir aber noch nicht sicher. Das heißt, es kann sein, dass er noch weiter nach draußen geht. Und hier soll eben einfach nur so ein Ring außenrum mit ein bisschen Grünzeug hin. Am besten wahrscheinlich sogar Botania. Das heißt, hier sollte dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht das Elfenportal irgendwo in der Ecke, vielleicht ganz hier hinten in die Mitte. Dann natürlich die Petzels, die Blumen davon, lauter solche Dinge. Das wäre sehr cool. Und ich denke, ich werde auch zwischendrin immer mal wieder auf den Etagen irgendwie in die Ecken oder sowas ein bisschen Grünzeug machen. Vielleicht das Ganze so ein bisschen verwittert aussehen lassen. Müssen wir mal schauen. Und ansonsten kann man jetzt eben bis nach unten. Ich habe hier an der Seite noch so Streben gebaut. Damit man, ja, damit das praktisch gestützt ist. Da gab es jemanden, der hat so ein, ja, in den Kommentaren so ein, wie soll man sagen, ein Beispiel gemacht, wie man das bauen könnte. Ich habe es zwar nicht ganz verstanden, aber es hat mich auf die Idee gebracht. Also, ich hoffe, es ist auch okay so gebaut. Es sind eben auch so Rippen, die das Ganze praktisch halten. Und es sieht eigentlich ganz cool aus. Also, gefällt mir auf jeden Fall besser als zuvor, nur das eine Ding. Und hier steht eine Kiste, und zwar vom Mats. Denn, ähm, wir hatten ja immer wieder Serverprobleme und einmal war das beim Mats, weil da irgendwie Items nicht abtransportiert wurden. Und dort bin ich gestorben und ich konnte da nicht mehr hin, weil mein Spiel immer abgestürzt ist. Und der hat meinen Grafstand gestern gefunden und hat mir jetzt die Sachen wiedergebracht. Das heißt, wir haben jetzt zwei Wireless Crafting Turmels, einen Angel Ring haben wir wieder. Und, ähm, sogar meine, meine, mein Schwert und meine, meine Axt. Die Pickaxe leider nicht, aber es kann sein, dass ich die irgendwo anders verloren habe. Weiß ich nicht mehr. Und, ähm, außerdem haben wir jetzt mehr RAM auf dem Server. Wir haben jetzt, glaube ich, vier GB mehr RAM. Und es läuft schon eine Million Mal besser. Und noch eine andere Sache, die hier die ganze Zeit zu Lags und Problemen geführt hat, war die Farm hier drüben von Peter und mir. Denn, ähm, ja, hier werden ja praktisch dauerhaft Items generiert und die werden dann hier rüber geschippt. Allerdings war das einzige Problem daran, und warum es immer wieder zu Problemen gekommen ist, dass irgendwie das Refined Storage System von Peter die ganze Zeit aus war. Also hier war ja ein Hebel dran und der Hebel, ähm, oh, okay, ähm, genau, das stand eben auf Redson Signal On oder irgendwie sowas. Das heißt, dass man das System halt ausmachen kann, wenn man es will. Und das System war irgendwie immer wieder aus. Irgendwie nach einem Server Restart oder so war das System einfach aus. Und dann haben sich dort oben eine Milliarde Items gesteckt, eine Million, und es hat einfach geleckt bis zum Nevada. Aber wie ihr seht, jetzt geht alles. Man kann sogar fliegen, ohne zurück teleportiert zu werden, so wie es aussieht. Das ist sehr cool. Und, ähm, mit Fliegen machen wollt ihr sogar weiter. Beziehungsweise, ähm, mit ein paar Sachen, die ihr vielleicht sogar schon gesehen habt, in meinem Inventar. Denn ich habe hier eine neue Schwitzhacke und ein neues Schwert. Und das sind die Sachen von, ähm, Mystical Agriculture. Und die fand ich super genial. Ich habe die das erste Mal gesehen und dachte mir, würde ich gerne mal ausprobieren. Denn es gibt eben, ähm, bei Mystical Agriculture, gibt es ja so gesehen, add mystical, ähm, gibt es ja die verschiedenen Essenzen. Also die stacken sich ja praktisch immer nach oben. Es gibt einmal die Infernung, das ist die normale. Dann macht man die, aus vier von denen, die Prudentium. Dann vier daraus machen die Intermedium. Dann vier daraus machen die Superium. Und daraus macht man dann die Supremium. Supremium, ja. Und mit dieser Supremium Essenz kann man sich natürlich sehr coole Sachen machen. Das ist so das Höchste, was es gibt. Und damit kann man sich zum Beispiel Kohle machen, Ingots, man kann sich die Seeds damit bauen. Solche Äpfel, die dann Absorbation, Speed, Resistance, Regeneration, Strength 2 geben. Also komplett krass. Aber, was noch viel cooler ist, man kriegt mit diesem Supremium Zeug auch, ähm, Waffen, Werkzeuge und zum Beispiel Rüstungen. Und die Rüstungen haben einen Set-Bonus und an dem wollen wir uns heute kümmern. Das heißt, es gibt hier eben, ähm, ja, Helm, Chestblades, äh, Leggings und Boots. Und wenn man vier davon hat, dann kann man fliegen, was sehr cool ist. Ähm, ich hoffe mal, das ist, oh Gott, sorry, ich hoffe mal, das ist so wie mit dem Enduring. Das werden wir gleich ausprobieren. Wird natürlich ein bisschen dauern, so. Aber, äh, ansonsten ist das sehr cool. Und was man noch machen kann, was super genial ist, ist, ähm, diesen Charm-Slot, den ihr gerade sieht. Ihr seht ja, Durability, Set-Bonus und Charm-Slot. Und in diesen Charm-Slot kann man zum Beispiel, ähm, Resistance-Effekte reinmachen. Das heißt, es gibt hier ein paar Charms. Das sind diese hier. Es gibt einen Blank-Charm. Dann gibt es zum Beispiel Night-Vision, Absorbation, Widow-Resistance. Entweder, ich denke, das ist irgendwas mit Gift. Gift, würde zum Beispiel Sinn machen, oder? Äh, genau. Prevent you from getting poison-Effekt. Äh, Fire-Resistance, normale Resistance, Strength, Strength 2, Speed, Jump-Boost, Mining-Aoe und Attack-Aoe. Das sind dann für Spitzhacke und Schwert. Und Spitzhacke und Schwert habe ich beide auch schon. Ähm, die sind allerdings nicht geupgradet, sondern das sind die normalen. Aber das Krasse daran ist, ihr seht, die Pig-Axe zum Beispiel hat 19 Attack-Damage. Sie ist sehr, sehr schnell. Also man kann mit der relativ schnell abbauen, würde ich einfach behaupten. Wenn man nicht gerade, ähm, irgendwie am Fliegen ist oder sowas. So, kommt das hier wieder ein. Und das Schwert hat, ähm, normal auch schon 21 Attack-Damage. Und die ganzen Dinger haben Unlimited Durability. Das heißt, sind einfach unzerstörbar. Was sehr cool ist für zum Beispiel sowas wie, ähm, die Farming Station. Denn eine Farming Station braucht ja immer eine Hole. Und zur Zeit haben wir immer eine Obsidian Hole benutzt, die 8000 Durability hat. Aber wenn man die hier benutzen würde, dann hätte man damit einfach eben eine Hole mit Unlimited Durability und die würde dann immer daran halten. Vorausgesetzt, sie funktioniert da drin. Aber wir wollen uns jetzt heute einfach mal die Rüstung davon machen. Einfach mal, das ist gut gesagt. Denn die Dinger sind gar nicht so easy. Man hat hier diese Supreme-Ingots. Und da macht man eben aus Superium-Ingots, aus zwei Essenzen. Dann da aus Intermedium-Ingots. Und die aus Pudolzium und die aus Infernium und die aus dem Base-Essenz-Ingot. Und ich glaube, wir stellen mal ganz kurz ein paar Auto-Crafting-Rezepte hier ein. Hoffentlich ist hier noch irgendwo Platz drin. Wenn nicht, dann müssen wir natürlich neue Crafter mit dazu bauen. Aber ein paar sind noch frei. Okay, gut. Dann machen wir das mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Rezepte sind eingestellt. Wir können jetzt Ingots, Essenzen und auch die Armor-Cores craften. Denn die Armor-Cores brauchen wir eben, um die Rüstung zu machen. Wir bauen insgesamt 20 Ingots, um die komplette Rüstung zu machen. Vier von den Slots werden dann eben mit den Cores gefüllt. Das heißt, wir bestellen uns jetzt mal, if possible, 20 hiervon. Da müssen wir uns, wie ihr seht hier, was müssen wir uns craften? 12.000 Infernium brauchen wir dafür. Das geht sogar noch. Und die Cores können wir auch gleich mal bestellen. Davon brauchen wir dann auch gleich noch welche. Aber da fehlt uns jetzt wahrscheinlich Crystals oder sowas. Genau, Missing-Ein-Infueden-Crystal. Das ist irgendwie sehr doof, was das Auto-Crafting von Refined Storage angeht. Viele haben auch geschrieben, dass Refined Storage die Auto-Crafting-Rezepte im RAM zwischenspeichert. Und deswegen die Server-Belastung sehr hoch geht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber wenn ja, dann wäre das natürlich nicht so cool. Aber eine andere Sache, die mich super stört, ist zum Beispiel eben, als Beispiel, wenn man diese Supreme-Ein-Essenz macht, dann macht man diese mit diesem Master-Infusion-Crystal. Und der ist unlimited. Aber das Refined Storage-System checkt das nicht. Das heißt, das denkt, diesen Crystal braucht man einmal pro Rezept. Und dementsprechend braucht man, als Beispiel, wenn ich mir zwei von diesen Supreme-Ein-Essenzen bestellen will, dann denkt er, er braucht zwei Crystals dafür. Was aber eigentlich gar nicht der Fall ist, denn eigentlich braucht er nur einen, weil er den nicht benutzt. Also er checkt halt die Durability von den Sachen nicht irgendwie, dass man die benutzen kann, so gesehen. Und deswegen ist das relativ doof. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz, bis er hier fertig ist, die Supreme-Ein-Ein-Essenz zu machen. Dann bilden wir uns den Kurs und dann können wir uns die Rüstung bauen. Und dann können wir den Shit hier eigentlich abwerfen. Weil dann können wir uns den Hail mit Night-Agent machen. Wir können fliegen, das heißt, wir brauchen das Chap-Plate nicht mehr. Und wir können uns sogar nach Health-Boost und sowas mit da drauf machen. Das heißt, danach geht es dann an die Charms. Das wird auch noch sehr cool. Okay, ich glaube, soweit haben wir jetzt alles bestellt. Zum Glück gibt es Autocrafting. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, noch vier Stück von den Essenzen drin, äh, von den Ingots, right? Denn wir müssen uns gleich jetzt noch den Tinkering-Table machen. Dieses wundervolle Ding braucht man nämlich, um die Rüstung zu verbessern. Und dementsprechend schnappen wir uns das einfach gleich mal. Und mir fällt gerade auf, wir brauchen einfach nochmal gleich 36 hiervon. Das heißt, wir bestellen uns die jetzt schon mal. So, zack, und start. Dann kann er das einfach mal nebenbei ein wenig craften, wenn er laupt drauf hat. So, die Ingots haben wir jetzt noch hier drin. Und ich muss sagen, das Ding ist schon sehr, 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 sehr teuer. Also, ähm, OP würde ich das nicht mal unbedingt behaupten, wenn es so, so teuer ist. Also, ohne Autocrafting wäre das schon heftig, um ehrlich zu sein. Okay, aber wir fangen einfach mal an mit dem Helm. Das ist Number Uno. Und ihr seht schon, Durability 3000 Charms Not Empty. Das Zeug füllen wir einfach mal gleich. Aber, zuallererst müssen wir natürlich gerade mal die Chessblade und so weiter so machen. Jetzt kommt noch die Chessblade. Danach kommt die Hose. Und jetzt kommt zu guter Letzt noch der wunderbare Schuh. Okay, dann haben wir die Rüstung schon mal komplett fertig. Und wir können die jetzt einfach mal anziehen. Und dann können wir, glaube ich, sogar fliegen. Yeah! Und das ist einfach wie ein Angel Ring. Richtig cool. Und sogar ziemlich schnell. Also, kann man sich ja nicht beklagen für die Rüstung eigentlich. Und cool aussehen tut sie auch noch. Das ist sehr cool. Es hat übrigens immer gefragt, oder sehr, sehr viele Leute haben gefragt, wie man Specs für Mystic Art Culture bekommt. Und es gibt dafür keinen öffentlichen Patch. Den hat hier bei uns im Projekt, ich glaube der RGB Pixel, der hat sich da extra dran gesetzt für ein paar Stunden und hat hier praktisch einen Swag Specs für selber gemacht. Aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das heißt, das ist praktisch die zu Premium Rüstung. Super OP das Ding. Also super OP im Sinne von sehr, sehr stark. Aber nicht im Sinne von super einfach zu bekommen, aber total stark. Aber so gesehen schon sehr OP. Okay, als nächstes wollen wir uns jetzt natürlich den Charms widmen. Das heißt, wir haben hier den Tinkering Table. Und da packen wir jetzt einfach mal Stück für Stück unsere Rüstung rein. Mit dem Helm fangen wir an. Ploppt das hier raus? Nein, sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier noch 36. Nein, habe ich auch nicht mehr gemacht. Oh oh. Okay, warte, wir brauchen. Egal, erstmal die hier davon. Und jetzt brauchen wir noch 16 hiervon. Das heißt, die bestellen wir uns auch mal ganz kurz. Und währenddessen können wir schon mal die leeren Charms bauen. Das sind diese Dinger hier. Dafür brauchen wir vier davon. Zwei, drei, vier. Ich hoffe, der Wurzeln ist nicht die Supreme Essenzen davon. Das wäre sehr doof. Egal, sehen wir gleich. So, wir machen uns die Blank Charms. Und die können wir jetzt praktisch benutzen, um für jedes Teil einen so einen Charm-Effekt zu benutzen. Für den ersten, für den Helm, werden wir Night Vision benutzen. Ich denke mal, das kann man auch nur auf dem Helm machen. Das ist richtig. Das heißt, wir machen uns mal ganz kurz Gordonal Korotchen. Vier Stück. Nein. No way. Bitte, bitte nicht. Okay, warte. Haben wir Nature Seeds? Oder können wir uns Nature Seeds bauen? Oh Gott, bitte nicht. Nein. Das kann doch nicht sein. Okay, warte. Was fehlt uns dafür jetzt noch? Ein Pumpkin. Pumpkin haben wir nicht, ne? Oh mein Gott. Okay, wir brauchen irgendwie Karotten. Kriegen wir irgendwie Karotten? Ach so ein Ding oder so? Okay, warte. Wir suchen mal ganz kurz Karotten. Wir haben gerade noch von den Farmen von Immersive Engineering geredet und schon haben wir die nächste Mega-Lag-Farm gefunden. Ich weiß nicht, wem die hier gehört. In welchem Chunk sind wir denn gerade? Müssen wir mal gucken. Ich glaube in Mats oder sowas. Aber not sure. Pixel of Gaming. Das erklärt natürlich auch, warum hier so ein paar Lags entstehen. Also wenn hier so ein paar Items rumliegen. Zur Info hier waren gerade 2000 Entities. Sieht man in der fünften Zeile oben bei P Doppelpunkt. Danach steht T Doppelpunkt. All Doppelpunkt. Und die Zahl, die dahinter steht, das heißt das All Doppelpunkt, das sind Entities, die hier gerade umeinander schwirren. Und die Farme ist natürlich so ein bisschen groß. Also kein Wunder, dass da so ein paar Lags kommt. Und gerade natürlich, wenn hier die ganzen Items rumliegen. Ich bin gerade im Game World 1, deswegen wundert euch nicht. Wenn man im Game World 1 ist und man Items aufsammelt, dann gehen die ganzen Items, auch die, die überflüssig sind, direkt ins Inventar. Das heißt, wenn man, sag ich mal, 2000 Items, dann kann man eine Million Items aufnehmen. Der Rest wird einfach gelöscht. Der überschüssig ist so gesehen. Wir legen die jetzt einfach mal wieder hier in die Kiste mit rein. Und gucken mal, ob das jetzt wieder läuft. Denn ich habe gerade den Titian gefragt, ob ich von ihm ein paar Karotten haben kann. Und der meinte, natürlich. Und dementsprechend düsen wir jetzt mal wieder da rüber. Denn der hatte wohl ein paar Karotten für mich übrig. Und ihr seht, hier läuft das super gut, ne? Okay. So, warte, gehen wir nach oben? Ist das kein Elevator? Doch. Ach, hier geht es nur nach unten. Okay, nach ewigen Problemen sind wir jetzt endlich wieder zu Hause und können uns jetzt hoffentlich, wir haben gerade Karotten bekommen, Sollte erstmal den Charm mit Night Vision machen, was natürlich super ist. Dann haben wir hier die 14 davon und 30 davon. Theoretisch brauchen wir jetzt nochmal zwei hiervon. Und wir brauchen auch noch, oh, craftet er noch irgendwas gerade? Nein? Was ist denn dann mit dir los? Warum will er die denn nicht bauen? Zwei Stück. Missing one mass infusion crystal. Mass infusion crystal 3. Scheinbar hat das System wieder irgendwelche Probleme gehabt gerade. Also ich bin halt wieder hierher gekommen und der Controller war schon wieder aus. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist sehr doof, wenn das passiert. Und dementsprechend wäre das natürlich relativ uncool, wenn das so bleibt. Denn es leckt halt immer, sobald wir dann praktisch hier wieder auf den Server kommen. Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Das heißt, wir haben hier oben den Charm drin, dann haben wir drei Prosperity Shards und vier von den Supremium Essenzen. Und jetzt haben wir hier unseren Supremium Helm mit Night Vision, was sehr, sehr cool ist. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen zweiten da drauf machen können, aber ich glaube, Charm Slot ist schon für einen einzigen gedacht. Das heißt, so soll das Ganze jetzt schon mal funktionieren. Weiter geht es dann. Ich denke, wir benutzen den Health Boost oder Absorvation praktisch. Hier steht mir dabei, GIST 10 Absorvation Hearts Every 8 Minutes, was natürlich sehr cool ist. Ich weiß nicht, ob sich die stacken. Das heißt, ob man irgendwann eine Million Herzen hat, wenn man keinen Schaden bekommt. Das wäre sehr, sehr cool. Aber ich glaube, irgendwie die refreshen sich dann. Ansonsten brauchen wir jetzt... Oh nein, Golden Apple bekommt man gar nicht mehr, ne? Wie kann man sich die denn dann bauen? Kann man sich die irgendwie noch bauen? Oder findet man die wirklich nur? Weil das wäre ja ein bisschen doof, wenn das so wäre. Charm? Sonst gucke ich da immer nach, ob man das irgendwie bekommt. Aber das ist auf jeden Fall ein enchanterter OP-Gold Apfel. Und die findet man laut diesem Ding leider nur. Wie ist das denn mit diesen Äpfeln? Weil die baut man ja auch aus den... Ach nee, die baut man mit den normalen. Hm. Das macht relativ wenig Sinn und ist ein bisschen doof, weil man die Äpfel nicht bekommen kann. Okay, da wir uns leider keinen Health Boost machen können, machen wir uns das einfach mal Resistance. Ich denke mal, das ist auch okay. Theoretisch hätte ich super gerne Health Boost gehabt, aber na, das leider nicht funktioniert. Vielleicht kann man das Rezept irgendwie umändern. Mal gucken. Also es gibt ja die Skripts, vielleicht kann man das damit machen. Das wäre sehr cool. Aber ansonsten machen wir jetzt erstmal den Charm mit Resistance hier rein. Und später dann vielleicht, wenn wir das irgendwie machen können, dann werde ich, denke ich mal, einen OP-Gold Apfel hier irgendwie mit reinmachen. Ich habe total vergessen, dass man das nicht mehr bauen kann. Aber naja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Resistance. Theoretisch könnten wir jetzt hier noch andere Sachen, wie zum Beispiel Speed mit reinmachen. Aber Speed brauchen wir eh nicht. Das heißt, das Einzige, was jetzt eigentlich noch bleiben würde, wäre solche anderen Dinge. Absorvation, wie gesagt, geht leider nicht. Widow Resistance vielleicht, aber brauchen wir eh nicht. Anti-Venom glaube ich auch nicht unbedingt, obwohl es vielleicht ein cooler Effekt wäre. Resistance, ich weiß nicht, ob sich das stackt. Das wäre irgendwie auch cool zu wissen. Ähm, wir können ja einfach mal Fire Resistance gucken, ob wir uns das machen können. Magma Cream brauchen wir, wie brauchen wir davon? Äh, 15 Stück. Bau die mal ganz kurz. Warum baut er die so komisch? Egal. Äh, so, warte dann. Gucken wir mal ganz kurz nach Fire Resistance. Was sag ich mit 15 Stück? Wir brauchen ja nur einen davon. So, dann der Charme hier rein. Das Ding außenrum. Und dann haben wir hier das. Dann haben wir Fire Resistance auf den Leggings. Und jetzt könnten wir uns noch ein drittes für die Boots aussuchen. Jump Boost. Nicht unbedingt. Oder das wäre ein bisschen lame irgendwie. Ähm. Ich glaube, ich mache Anti-Venom. Das ist eigentlich sehr cool. Äh, wir brauchen natürlich nur Buckets. Und wir brauchen Kühe. Aber Kühe haben wir nicht. Okay. Kein Anti-Venom. Wie wäre es mit Builder Resistance? Oder? Nochmal, so Resistance ist, glaube ich, ein bisschen doof, ne? Nehmen wir Builder Resistance. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Supreme Emessenzen. Davon brauchen wir jetzt nochmal drei Stück. So, there we go. Äh. Stimmt, der hat ja wieder Missing den fucking Crystal, ne? Hat er die jetzt irgendwo, irgendwo hingemacht, oder wie? Ähm. Warte, wie nennt sich das nochmal? Master Infusion Crystal. Vielleicht können wir uns ja einen davon bauen. Leider nein. Ähm. Dann machen wir uns ganz kurz mal die Essenzen einfach so. Bauen wir die doch ganz kurz mal von Hand. So, dann haben wir vier Stück hiervon. Und wir können uns gleich nochmal einen Master Infusion Crystal mit dazu machen. Sogar zwei. Das eintre ich ganz gut. Dann reicht das vielleicht für die nächsten Rezepte. Und dann haben wir die jetzt hier. Und dann haben wir wieder die Prosperity Sharks. Der Charme oben rein. Und hier drüben unsere Boots. Und jetzt haben wir Werder Resistance. Packen da sie ran. Hat leider keinen Effekt, weil es kein normaler Minecraft Effekt ist. Aber damit ist die Rüstung jetzt komplett. Wir haben Flight. Wir haben überall unsere Charmes mit drauf. Was sehr, sehr cool ist. Wir haben noch ein paar Sinsen mit übrig. Die können wieder rein. Das Chatplate und so weiter kann jetzt weg. Und wir können natürlich später, wenn wir da Bock drauf haben, das Sword zum Beispiel auch noch upgraden. Denn es gibt ja auch noch den Strength Charme. Beziehungsweise auch Strength 2. Dafür macht man dann einmal, äh. Wo ist er denn hier? Genau, Strength. Da braucht man den Supreme Apple. Und für Strength 2 braucht man dann den normalen Charme Sword und nochmal den Supreme Apple. Also das geht auf jeden Fall auch noch, glaube ich, in die Tasche so ein bisschen, das Ding hier zu bauen. Aber ansonsten ist das schon mal sehr cool. Wir haben die Pickaxe, das Sword und die Rüstung. Super OP, die Kombi, wie ich finde. Und ich finde es super genial, solche Set-Boni zu haben. Das gibt es viel zu wenig in Minecraft. Es soll einfach viel mehr Rüstungen geben, die einfach einen Set-Bonus haben. Das heißt, dass man die ganze Rüstung hat. Von mir aus auch verschiedene Teile kombiniert von manchen Rüstungen. So, ich sage mal Diablo-mäßig. Dass man Set-Boni hat für zwei Teile und für andere zwei Teile, damit man das kombinieren kann. Fände ich sehr cool, wenn es davon mehr geben würde. Ich finde das sehr, sehr genial. Okay, gut. Aber ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, was war es von heutigen Folge Minecraft Doors. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns ein Bewertung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut da rein. Habt euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.